Zum Sieg waren ganz, ganz wichtig, die drei Punkte. Wie war denn das Spiel aus Deinen Augen? Ja, von der ersten Minute super reingestartet. Wirklich also über fast 90 Minuten eigentlich, bis auf wenige Phasen, wirklich dominant und super gespielt. Wir haben uns heute einfach mal wirklich belohnt für das, was wir jeden Tag arbeiten. Man hat gesehen, dass in der Mannschaft viel drinnen steckt und so soll es weitergehen. Warum hat man sich heute gegen Hartberg so leicht getan und die letzten Spiele so schwer? Gab es da irgendein Geheimrezept oder hat der Trainer euch anders vorbereitet? Nein, schwierig zu sagen, aber man will jedes Spiel gewinnen hier. Man erkennt jetzt auch nicht, dass man motivierter ist in einem Spiel oder nicht. Ich finde einfach, dass man das sehr konzentriert, einfach jeder Spieler über 90 Minuten gezeigt hat und Gas gegeben hat. Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt und uns diesmal wirklich richtig belohnt. Das war vielleicht in den letzten Wochen teilweise dann nicht so der Fall. Wirklich gelungener Abend und richtig geil.